Elis und Reinhard Kern luden zum ersten Leintainstreffen nach Zlatten-Bernäck und sehr viele kamen dieser Einladung nach. Elis und Reine heute beim ersten Leintainstreffen in Bernäck, Zlatten. Warum? Das war so eine Grundidee. Es gibt sehr viele Leintains-begeisterte Menschen in der Steiermark. Wir kennen uns selber persönlich sehr viele. Und das war meine Idee, nur mal so an oben gestalten, nur mit Leintains, verrückter Leute an oben zu gestalten, miteinander tanzen, miteinander plaudern, ein bisschen Erfahrungsaustausch machen, wer macht was, mit ein bisschen Tänze austauschen. Ja, der Ablauf ist eigentlich ganz einfach. Man beginnt mit der Begrüßung, stellt die Gruppen vor im Detail, dann beginnt freies Tanzen, dann hat man gemeinsam einen Eröffnungstanz. Ja, und dann gibt es noch einen kleinen Workshop von uns. Und die Leintains-Gruppen selbst können auch, wenn sie wollen, einen Tanz vorstellen aus ihrer Gruppe und aus ihrem Verein. Wir werden in Zukunft noch ein weiteres Treffen geplant. Wir werden sehen, aber ich denke schon, es sind alle Leute begeistert, und wir werden in Zukunft wieder sowas veranstalten. Auf alle Fälle, ja. 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 Deine зачем. Ja. Vielen Dank.